Hallo und willkommen zu diesem neuen Video Xenoverse 2 mit Lucy Morningstar. Heute haben wir Duell and Action einen Titel. Wollt ihr sehen was es ist? Dann bleibt einfach dabei und wir sprechen uns gleich beim allbekannten und weltberühmten Resümee meine lieben Leute. Bis gleich, genießt das Video. Das war's für heute. Hier! Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin der Angst, dass ich mich in der Angst verletzte. Ich bin der Angst, dass ich mich in der Angst verletzen bin. Ich bin der Angst, dass ihr alle zuerst verletzen, was ihr zuerst verletzt. Fynnigende Musik Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe mich überrascht, wenn ich mich überrascht habe. Das war's für heute. War der Lander? 에요, jesu, hinsicht an. Cel! Ich bin dein, Finsch! Sons, Ho父. Ich habe ihn mit dir gezegend. Ich habe das Wort genie von dir. Es ist da! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Welt! Dr. Kaffee Was ist das Lass? Upp... Ich will das nicht ganz entdeckten! Ich bin nicht so gut, aber ich bin nicht so gut. Und ich bin nicht so gut, dass ich einen Geist für die Schwerke auswachen habe. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut, ich bin nicht so gut. Das ist ein guter Schwerke auswachen. Säle! Ich bin dein Mann! Sön Gokun, ich habe mich gefühlt. Was ist das? Das war's für heute. Das ist auch ein Wettbewerb! Du bist auf der Seite! Das ist doch ein Wettbewerb! Das ist doch ein Wettbewerb! Ich bin so ein Wettbewerb! Wie soll ich jetzt hier sein? Ich werde den Kampen aus dem Anführerchen im King-Schweren über den Kampen. Er ist schlecht, aber vielleicht als auch ein Kampen. Er ist klart, wenn ich das an. Ich werde ihn schlafencyern. Ich hoffe, wenn ich mich nicht schlafen, will es schlafen. Das war's für heute. Hier ist es! Hier ist es! Hier ist es! Das ist es! Hier ist es! Das ist ein Problem! Das ist ein Problem. Ich werde mich nicht verletzen. Das ist ein Problem. Ah! Lass uns den Kugeln! Jetzt bin ich hier! Warte! Jetzt bin ich hier! Warte! Jetzt bin ich ein Pflin. Jetzt bin ich ein Pflin. Das war's für mich. Wenn ich mich noch mehr trainieren will, dann werden wir wieder. Ich werde den Super Saiyajin Gotsen überlegen. Ich werde mich sehen. Ich werde meine Beobachtung machen. Das war's für heute. Oh! Das war's. Das war's. Ich bin jetzt hier. Ja, ich bin jetzt hier. Oh, oh, oh. Ich bin jetzt hier. Der Endschluss ist noch nicht fertig. Was ist der Fall? Ich bin gespannt, was ich! Geht aus! Der Endschluss ist noch nicht fertig. Der Endschluss ist noch nicht fertig. Geh! 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 Jetzt ist es noch nicht mehr zu tun. Ich bin... ... der Kinobe-Brander! G'waaah! Wenn du schon wieder einmal gewollt, dann wird der Kinobe-Brander auch noch nie. Super Saiyajin Godを超えた力見せてやる これがスーパーサイヤ人ロゼだ ほらワクワクしてきたぞ これがスーパーサイヤ人ロゼだ 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 終わりだ! 終わりだ! まだ終わってねえ! 正義か…負けるだと! もっと修行したらまた戦おうな wwww じゃあ、やってみっか 悪は滅ぶべし Das ist ein Wettbewerb. Das ist eine Art Schraub! Aber es ist die Runde. Gehe! Schlaub! Gehe! 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 Ich bin schon fertig. Das war's! Woh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Super Saiyajin Godd. Die du sind streng von Schwanرف und schlagen. Er ist der erste, was der W心zeit rausl ist? Ich bin auf der W心zeit von dem Schwanرف, der in die Welt. Ich bin auf dem Schwanرف und wieder auf dem Schwanarah, der in die Weltえangreise bewusst ist. Das ist ein Wettbewerb. Ich will das nicht so gut sein. Das war's für heute. Das war's für mich. Das war noch nicht so. Ich bin der Mann, der Mann, der Mann, der Mann, der Mann! Das ist die Wahrheit. Das hat sich Töne! Ich glaube, dass es ein Take-Gener zu sehen ist. Ich könnte das, was ihr mit dem Spiel? Das ist das, was ich hier! Ich bin auch mit dem Spiel. 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 Ich habe mit dem Spiel zu können. Ich bin auch mit dem Spiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Geballte Action, Spannung pur, das kriegt ihr nur hier. Mein lieben Lucia Morningstar, ich wollte schon sagen auf Twitch, hatte mich und fast habe ich natürlich hier auf YouTube, aber ich bin auch auf Twitch natürlich. Twitch.tv-Lucia-Morningstar, ja, Unterstrich, ihr habt es gehört, es sind leider keine getrennten Wörter, die einfach so getrennt werden können, sondern ihr müsst mit Unterstrich getrennt werden. Minus geht nicht. Also, Unterstrich, Underline, Underline, das Underline der Underlines. So, ich hoffe es hat euch gefallen, das liebe Video. Sowas kommt noch ein bisschen mehr vor in nächster Zeit und in den nächsten Wochen auf jeden Fall. Ich hoffe, diese Guku-Action hat euch wirklich mal gefallen. Er hat da wirklich mal richtig die Sau rausgelassen. Auch wenn er jetzt, sag ich mal, nicht so perfekt gekämpft hat, hat das doch bestimmt Spaß gemacht. Für den einen oder anderen für euch. Es ist einfach gute Action, gute Qualität und was will man mehr. Viel Spaß und Freude. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit supportet ihr den Kanal, schräg ich mich. Und, an dieser Stelle, schau doch bei Twitch einfach mal vorbei, wie gesagt, und, 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 und. Eine kleine Neuigkeit habe ich auch. Guckt mal am Samstag auf jeden Fall mal auf YouTube rein, da ist was ganz anderes noch dabei. Ich würde mich freuen, euch da auch begrüßen zu können. Das ist jetzt mein 15. Video hintereinander und, Leute, das ist einfach nur geil. Wenn man einmal auf den Trecher gekommen ist, wie man YouTube macht, ich habe mich lange vorgewehrt, jetzt komme ich dazu. Ja, dann, sag ich mal, haut rein, bleibt gesauber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020